So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich habe wieder ein paar Kinderüberraschungen. Ein Viererpaket mit Ich-Einfach-Unverbesserlich-3. Ja, ich habe ja schon die Maxi-Eier aufgemacht, wo Minions drin waren. Es kam auch sehr gut bei euch an. Wie gesagt, wer die Videos nicht kennt, ich habe sie hier in ein Netz gestellt und zwar die Maxi-Eier mit Ich-Einfach-Unverbesserlich-3. Aber jetzt habe ich das Viererpaket. Das sind die Minions, die es gibt. Für ein Viererpaket sind ja immer zwei Figuren garantiert und welche ich hier drin jetzt finde, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Und ihr schreibt natürlich in die Kommentare, habt ihr euch auch schon die Minions gegönnt habt, die Eier. Und natürlich, habt ihr sie alle komplett habt. Und auf jeden Fall das Wichtigste, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Das ist ja immer das Wichtigste bei meinen Videos. Jetzt kommt aber wie immer erst das Wichtigste. Das probieren. Wie immer lecker. Aber jetzt schauen wir mal rein. Oh, ein Drache. In ein Ei, was rausguckt. Auch süß. Aber das wollten wir ja nicht. Wir sind ja hier, um Minions zu finden. Oder ich finde sie und präsentiere sie euch. Ja. Bananenthaler aus Pappe dabei. Das müssen wir uns doch mal angucken. Na, die ist aber auch zusammengefaltet. Er sollte so da draufstehen. Meine erste Minions-Figuren aus das Vierer-Pack. Jetzt zeige ich euch gleich natürlich noch mehr die Figur. Kommen wir nun zum dritten Ei. Ich muss zwischendurch probieren. Aber sie schmeckt. Jawohl. Die zweite Figur aus meinem Vierer-Pack. Sieht auch richtig witzig aus. Wie gesagt, zeige ich aber gleich näher. Haben wir hier noch so ein Schild. Ah, das Bananenschild kommt hier oben noch rein. Und die Rundenthaler kommen bei ihm hin. Aber jetzt schauen wir natürlich auch noch mal in das vierte Ei. Vielleicht haben wir eine Fehlverpackung. Und es sind drei Stück drin. Erst wieder probieren. Immer noch. Lecker. Das ist das nächste Spielzeug. Aber darum ging es ja gar nicht. Es ging ja wirklich nur um die Minions. So, und das sind sie, die ich jetzt bei mir in der Eier gefunden habe, in meinem Vierer-Pack. Wie gesagt, das Wichteste ist ja sowieso, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie selber sammelt. Das ist natürlich verdammt wichtig. Aber sie sehen richtig knuffig aus. Hier kommen ja die Bananenthaler hin. Das soll wohl, dann drückt man hier so drauf, dann wirft er sie. Also, das sind jetzt meine ersten Mini-Minions. Die Maxi-Minions, die habe ich ja schon geöffnet. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr es findet. Habe ich noch mehr aufmachen soll. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.